Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen. Ich habe ja auch schon ein Video darüber gemacht. Seit circa 20. November ist in New Jersey der Teufel los. Ja, oder was auch immer los. Das ist eben die große Frage, denn bis dato gibt es keine Erklärung. Jeden Abend, jede Nacht fliegen dort unbekannte Objekte durch die Gegend, die teilweise die Größe eines Autos haben. Das ist mittlerweile bestätigt. Das heißt also teilweise die Drohnenaufnahmen, die man sieht, das sind tatsächlich keine Flugzeuge, sondern das sind tatsächlich unbemannte, düsenbetriebene Drohnen, die dort durch die Gegend fliegen. Oder weiß der Geier was. Also ich meine, mittlerweile gibt es natürlich sehr, sehr viele Theorien, was das sein könnte. Und auch sehr, sehr viele Berichte von Menschen, die dort wohnen. Zum Beispiel auch, dass sie selber ihre Drohnen starten wollten, nachts um mal zu gucken, was das ist. Und dass dann die eigenen Drohnen nicht mehr funktionieren. Oder dass die Uhrzeit in Autos automatisch umgestellt wird. Auch das wird berichtet, aber hierzu gibt es keine genaue Nachverfolgung dieser Themen. Das heißt also, das sind Berichte, die existieren. Ob das wirklich stimmt, ja, das ist eben die große Frage. Aber da das Ganze mittlerweile sehr weit nach oben rutscht, ja, und im Übrigen jetzt auch teilweise Pennsylvania betrifft, das ist zwar gleich nebenan und deswegen, ja, logisch irgendwie, aber es scheint so zu sein, als ob die Drohnen tatsächlich immer weiter landeseinwärts sich bewegen. Das heißt also, von der Küste her, also von New Jersey hier jetzt mittlerweile auch so Richtung Pennsylvania. Ja, also kann natürlich auch hier in der Grenze irgendwo sein, dass das eben dann hier dann in den Berichten Westchester oder, ja, hier in dem Bereich New Holland oder Reading, ja, dort gibt es Berichte, dass dann auch diese Drohnen gesehen werden. Naja, das würde also das Ganze natürlich ausdehnen. Es gibt immer noch extrem viele Videos zu dem Thema und mittlerweile auch, ja, sehr viele Fotos und viele davon, von diesen Fotos sind schwierig einzuordnen. Es gibt unzählige Berichte und mittlerweile auch Fotos von angeblich abgestürzten Drohnen. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch finde hier. Das war ziemlich weit unten, auch in der momentanen Timeline, im Übrigen auch eine Kongressanhörung, ja, zu diesem Thema. Das Ganze hat jetzt mittlerweile sehr, sehr große Kreise gezogen, aber der Bericht hier anscheinend momentan nicht mehr vorhanden. Es kommen ja immer wieder neue Berichte rein, ja, zum Beispiel, dass das FBI jetzt auch sehr intensiv versucht herauszufinden, was das Ganze ist. Aber ihr seht selber, die Aufnahmen sind teilweise nicht sehr gut, also so, ja, Smartphone nachts schwierig, ne. Und es gibt auch Aufnahmen, die eben dann unter anderem diese Objekte zeigen sollen. Hier zum Beispiel, das ist ein Blackhawk, ja, im ersten Video habe ich das falsch eingeschätzt. Danke an den Kommentator, der mich darauf hingewiesen hat. Das ist keine Verkehrsmaschine, sondern das ist tatsächlich ein Blackhawk-Hubschrauber, der hier mitten im Wohngebiet landet. Oder wo auch immer. Ja, und dann haben wir natürlich diese Aufnahmen, die uns immer wieder Flugzeuge zeigen, wo man dann sagt, naja, das ist ein Flugzeug. Aber, meine Lieben, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, es gibt solche Drohnen, die sind so groß wie ein Auto, fliegen sehr, sehr tief und schauen von unten genau aus wie ein Flugzeug. Ja, ist auch schon bestätigt. Also irgendwas läuft da völlig aus dem Ruder momentan, was diese Geschichte angeht. Hier im Übrigen leider ein Video, welches natürlich im falschen Kontext gezeigt wird. Das ist Scanner-Guy, der hier diese Aufnahmen gemacht hat. Hier sehen wir also Satelliten, SpaceX-Satelliten hauptsächlich, die hier über den Nachthimmel ziehen. Also keine Drohnen in New Jersey wohlgemerkt. Aber ja, ein absoluter Wahnsinn bezüglich dieser Thematik kann man nur mehr oder weniger dann sagen, wow. Und hier im Übrigen, ja, ein Video, ganz kurz mal angucken hier, wo jemand mit einer Kamera versucht, eben so eine Drohne zu filmen. Und diese Drohne ist komplett out of focus. Das heißt also, die ist nicht fokussiert und darum hast du da eben genau dieses runde Etwas hier, was natürlich nicht das Objekt ist, sondern einfach nur ein nicht fokussiertes Objekt. Auch das wird mittlerweile gezeigt. Aber gehen wir doch mal in ein anderes Thema rein, zum Thema Küstenwache. Gestern in der Kongressanhörung, da wurden einige sehr interessante Dinge besprochen, unter anderem, dass ein Boot der Küstenwache verfolgt wurde von zwölf bis dreißig Drohnen. Ja, und natürlich jetzt, was die Ausstattung dieser Küstenboote angeht, nicht in der Lage war, die Drohnen abzuschießen oder sonst irgendwas zu machen. Die Bezeichnung zwölf bis dreißig bezieht sich auf die Sichtungen. Ja, vermutet denn Sichtungen. Denn eins ist auch klar, die Drohnen schalten teilweise ihre komplette Beleuchtung ab. Das heißt also, du zählst, hast zwölf, dann siehst du wieder einen Punkt, dann sagst du 13 und dann sagst du, pass mal auf, das eine ist ausgegangen. Mist, jetzt, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? Deswegen die Schätzung zwischen zwölf und dreißig Drohnen. Und das ist selbst zwölf Drohnen, meine Lieben, über dem Meer, die dort fliegen und ein Boot der Küstenwache verfolgen. Das ist schon ein absoluter Hammer und auch bestätigt im Übrigen. Das ist jetzt kein Käse, kein Schmarren oder sonst irgendwas, sondern ja, mittlerweile ist das Ganze so weit oben, dass auch der Präsident jetzt sich damit beschäftigen muss, ob er will oder nicht, sozusagen. Denn es gibt hier eine neue Meldung, die ist relativ frisch. Hier im Übrigen haben wir auch eben die Pressekonferenz im Weißen Haus zu diesem Thema. New Jersey Leader Calls for Limited State of Emergency Astronomy Street Deepens. Das heißt also nichts anderes, er fordert, ja, jetzt den Ausnahmezustand, weil die Situation aus dem Ruder läuft. Und ja, die Situation läuft aus dem Ruder, denn das Ganze ist mittlerweile ein absoluter Zirkus. Anders kann man das eigentlich nicht mehr beschreiben. Denn die Bevölkerung ist verunsichert. Es gibt immer mehr seltsame Fake News zu dem Thema, die natürlich dann die Leute auch beunruhigen. Und darum ist jetzt Eile geboten. Also man muss jetzt schon irgendwas tun und die Möglichkeit bestünde, wenn zum Beispiel ein Ausnahmezustand ausgerufen wird, dann dementsprechend der Präsident den Befehl erteilt, dass das Militär diese Drohnen abschießen darf und untersuchen darf. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Was das Küstenschiff hier unter anderem auch berichtet hat im Übrigen, ist, dass es Hinweise darauf gibt, dass diese Drohnen vom Meer her, also vom offenen Ozean aus Richtung Küste geflogen sind. Das wäre jetzt ein sehr interessanter Hinweis. Wenn man sich die Karte mal ein bisschen genauer anschaut, dann sehen wir hier New Jersey, also der Teil hier. Und wir sehen dann, wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, hier in diesem Bereich natürlich sehr viel offene See. Und was jetzt logischerweise sein könnte, ist, dass hier irgendwo ein Schiff hier draußen ist und diese Drohnen von dort aus Richtung Festland fliegen. Sehr interessanter Hinweis der Küstenwache. Im Übrigen hier überall Militär. Das heißt also, es wäre durchaus möglich, das aufzuklären. Definitiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich wäre, dass man diese Drohnenthematik jetzt irgendwie relativ schnell unter Kontrolle bekommt. Aber ja, mittlerweile eben auch hier in Pennsylvania haben wir also auch Sichtungen. Man scheint wohl jetzt auch, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das hier unten dann auch zu sehen. In New York wurden ja auch welche gesehen. Das heißt also, das ist ein Riesengebiet, was hier auch betroffen ist von diesen Sichtungen. Und keiner weiß, was es ist. Also vielleicht weiß es jemand, aber es wird heute nicht kommuniziert. Also das ist halt das andere Thema. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Videos, wie gesagt, also das mit dem Autofokus, ja, kann man machen und sagen, ja, guck mal, was ich da gefilmt habe. Aber ich meine für jeden, der Fotografie betreibt und Videoaufnahmen betreibt, der weiß ganz genau, dass hier einfach der Fokus nicht passt. Na, also so einfach ist die Welt. Was wir hier haben, weiß ich nicht. Scheint mir jetzt auch eher wieder so ein Video zu sein, was mit der generellen Thematik eher nichts zu tun hat. Ja, und vermutlich auch nicht aus New Jersey stammt. Das ist genau das Problem bei all diesen Videos und auch bei allen Berichten, die wir hier sehen, dass sie teilweise ein komplett anderes Thema zeigen, was dann eben vermischt und vermengt wird. Aber wir werden sehen, was rauskommt, meine Lieben. Das ist ein sehr brisantes Thema momentan in den USA. Und auch wenn am Anfang, und das gilt auch für mich, viele das Ganze belächelt haben, weil ich mir dann gedacht habe, es ist doch unmöglich. Also kann doch nicht sein, dass hier wochenlang irgendwelche Objekte durch die Gegend fliegen und keiner hier weiß, was das ist und auch keiner die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form das Ganze aufzuklären. Aber ja, aufgrund Zuständigkeitsbereichen, unter anderem auch, was darf das Militär, was darf es nicht, ist das Ganze jetzt über Wochen hinweg so vor sich hingekogelt und ja, jetzt eben nach oben kommuniziert und die Drohung hier, also mehr oder weniger den Ausnahmezustand ausrufen zu wollen, ist natürlich ein Hinweis, dass jetzt genug ist. Im Übrigen auch für die Bevölkerung, die mittlerweile komplett verunsichert ist, auch durch die ein oder andere Verschwörungstheorie, was das denn sein könnte, ist natürlich jetzt Eile geboten, das Ganze aufzuklären. Und ich denke auch, dass in den nächsten Tagen Aktionen ergriffen werden. Und es kann auch sein, wenn diese Meldung jetzt draußen ist, ja, und auch bestätigt wird, dass man dagegen vorgeht, dass diese Drohnen plötzlich verschwinden. Das ist auch durchaus denkbar, weil egal, wer sie bedient, man hat wohl keine Lust, dass seine Drohnen dann auch abgeschossen werden. Also ich denke, da wird das ein oder andere jetzt dafür sorgen, dass das dann nicht mehr der Fall sein wird. Aber ein hochbrisantes Thema. Ich habe jetzt das Thema Außerirdische oder UAPs oder so bewusst nicht angesprochen, weil es sich hierbei eindeutig um Technologie handelt, die handelsüblich ist oder zumindest militärisch üblich ist. Also nichts absolut Ungewöhnliches und auch nichts, wo man davon ausgehen müsste, dass das Außerirdische sind oder egal was. Das einzige Interessante an der ganzen Geschichte bezüglich auch der Verordnung ist, dass die Küstenwache tatsächlich beobachtet hat, dass die anscheinend vom Meer her Richtung Küste unterwegs waren. Und da wird es natürlich interessant, was hier draußen ist und was diese Drohnen dann Richtung Festland schickt. Es muss eine Basis geben, also irgendwas, wo die Drohnen dann landen können und aufladen können. Und das kann zum Beispiel ein Schiff sein im Meer, wenn man sich die Küstenwachenberichte genauer anschaut. Ein sehr interessantes Thema. Also ich bin absolut begeistert, aber auch sehr gespannt, was da dann am Ende dabei rauskommt. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.